Nachdenkseiten Die kritische Website Putsch in Niger Dem Westen geht es nicht um Demokratie, sondern um Rohstoffe und Flüchtlingsabwehr Von Jens Berger Als Außenministerin Annalena Baerbock im letzten Jahr den Niger besuchte, hatte sie eine Menge Spaß und wurde von den deutschen Medien gefeiert. Eine Außenministerin zum Anfassen Bis zur letzten Woche war Baerbock dann auch davon überzeugt, sie habe in Niger eine junge Demokratie erlebt, deren Bürger hoffnungsvoll in die Zukunft geblickt hätten. Was für eine Heuchelei. Auf dem geopolitischen Schachbrett ist der Niger für Europa vor allem ein Uranlieferant und ein Bollwerk zur Flüchtlingsabwehr. Es versteht sich von selbst, dass eine grünen Politikerin dies nicht so offen sagen kann. Nun haben Teile des nigerischen Militärs die junge Demokratie weggeputscht und dabei haben sie offenbar großen Rückhalt in der Bevölkerung. Im schlimmsten Fall droht dem battle-armen Land und der gesamten Region nun ein Stellvertreterkrieg zur Restauration europäischer und auch amerikanischer Interessen. Nachdem Ende der letzten Woche der mehr oder weniger demokratisch gewählte nigerische Präsident Mohamed Bazoum von seiner eigenen Leibgarde festgesetzt und durch eine Militärjunta abgelöst wurde, widmete sich der Spiegel in einer ausführlichen Analyse den Geschehnissen in der Sahelzone. Dieser Artikel ist symptomatisch. Über viele Absätze hinweg wird dabei das Regierungsnarrativ einer altruistischen europäischen Außenpolitik erzählt. Die EU helfe Niger beim Aufbau seiner jungen Demokratie und dem Kampf gegen den Terrorismus. Niger und sein gerade weggeputschter Präsident seien die große Hoffnung des Westens. Hoffnung auf was? Mit reinem Altruismus hat die europäische Außenpolitik natürlich nichts zu tun. Da gibt es zum einen wirtschaftliche Interessen. Seit über 50 Jahren schürft der französische Staatskonzern Areva in Niger das berüchtigte Yellow Cake, ein Uranerz, das man als Rückgrat der französischen Atomenergie bezeichnen könnte. Rund ein Viertel der Uranimporte der EU kommen aus Niger und wenn man bedenkt, dass die Importe aus Niger und den politisch zur Zeit für die EU nicht unproblematischen Ländern Russland und Kasachstan zusammen zwei Drittel ausmachen, hat man einen Eindruck davon, wie labil diese auf EU-Ebene unverzichtbare Energiequelle ist. Der Niger selbst hat übrigens nicht viel von seinem wichtigsten Exportgut. Als der damalige nigerische Präsident Yori Hamani von der ehemaligen Kolonialmacht 1974 faire Preise für das von ihr geschürfte Uranerz forderte, wurde er nonchalant vom eigenen Militär weggeputscht. Natürlich mit französischer Unterstützung. Dennoch erlebte Niger im folgenden Jahrzehnt einen Uran-Boom. Dank massiv steigender Weltmarktpreise konnte das Land zeitweise die Hälfte seines Staatsbudgets durch die Beteiligung an den Uran-Exporten finanzieren. Dies änderte sich abermals durch den Zusammenbruch der Sowjetunion und dem Auftreten Russlands und Kasachstans als Großexporteure auf dem Weltmarkt. Als der formal demokratisch gewählte Kleptokrat Mamadou Tandja Ende der 2000er das französische Monopol beendete und chinesischen Unternehmen neue Lizenzen verkaufte, kam es wieder mal zu einem Militärputsch. Heute exportiert Niger nahezu ausschließlich unter der Regie von Areva für den europäischen Markt. Die chinesische Produktion ist seit 2015 gestoppt. Technische Probleme, wie es offiziell heißt. Als eine der ersten Amtshandlungen verkündete die Junta am Sonntag den Stopp sämtlicher Uran-Exporte nach Frankreich. Wenige Stunden später drohte Frankreichs Präsident Macron mit einer militärischen Reaktion. Natürlich wegen der Demokratie und nicht wegen des Urans. Erstaunlich, dass man davon in Spiegel und Kohn nichts liest. Die zweite strategische Bedeutung Niger für die EU ist die Flüchtlingsabwehr. Ja, Sie haben richtig gelesen. Es geht um die Abwehr von meist westafrikanischen Flüchtlingen, deren Fluchtroute in der Regel direkt durch den Niger verläuft. Es geht aber auch um Flüchtlinge aus anderen afrikanischen Regionen und dem Nahen Osten, die aus Libyen und vor allem aus Algerien über sogenannte Pushback-Verfahren in den Niger abgeschoben werden. Wobei auch hier Abschieben eine Beschönigung ist. In der Praxis sieht es so aus, dass die Menschen in Algerien eingefangen und auf Lastwagen gepfercht werden. Nachdem ihnen ihre Papiere und ihr Geld abgenommen wurden, werden sie mitten in der Sahara an der algerisch-nigerischen Grenze ausgesetzt und in Richtung des nigerischen Ortes Asamaka getrieben, in dem NGOs ein Auffanglager betreiben. Die Zustände dort sind katastrophal und das ganze Vorgehen ist völkerrechtswidrig. Aber das Völkerrecht interessiert den Westen bekanntlich ja nur, wenn man es gegen Russland ins Feld führen kann. Die Pushbacks von Algerien nach Niger sind Teil der EU-Flüchtlingsabwehrstrategie und Niger ist offiziell Partner der EU in Sachen Flüchtlingsabwehr. Dafür gibt es dann ein paar Euro, die in den Taschen der lokalen Kleptokraten versickern. Hauptsache die Flüchtlinge erreichen nicht Europa und schwächen die Umfragewerte der regierenden Parteien. Überflüssig zu erwähnen, dass diese schmutzigen Deals zwischen der demokratischen EU und der demokratischen nigerischen Regierung geschlossen wurden. Nur wenn man diese beiden Punkte kennt und verstanden hat, macht der dritte Punkt, der Kampf gegen den Terrorismus, einen Sinn. Warum wird in der Sahelzone überhaupt gegen Terroristen gekämpft? Dafür gibt es viele Gründe, die von der Religion bis zur Unterdrückung der Tuareg-Völker reichen. Fest steht jedoch, dass erst der Zusammenbruch Libyens nach dem vom Westen befeuerten Bürgerkrieg das Terrorismusproblem in den Ländern der Sahelzone hat eskalieren lassen. Um seine Interessen zu wahren, kooperiert der Westen seitdem mit den lokalen Regierungen. Egal ob demokratisch oder nicht, in Sachen Terrorismusbekämpfung wohlwissend, dass eine mögliche islamische Regierung von Boko Haram, dem IS oder Al-Qaida dem Westen wohl kein Uran verkaufen und auch keine Flüchtlinge für den Westen in der Sahara festhalten würde. Im Gegenteil. Altruistisch ist bei dem Kampf gegen Terrorismus daher gar nichts. Aus realpolitischer Sicht hat der Westen sich vergaloppiert. Er betreibt in der Sahelzone eine eiskalte Interessenpolitik. Das ist nicht neu. Neu ist jedoch, dass man diese Politik in Europa heute unter dem Label einer wertegetriebenen Außenpolitik verkauft. Hier wird es kompliziert. Denn es ist ja anscheinend möglich, eine junge Demokratie auszubeuten und für seine Flüchtlingsabwehr einzuspannen. Mit einer Militärhund da ist das zumindest für die Öffentlichkeitsarbeit schon schwieriger. Doch wie kam es überhaupt zum Putsch? Auch hier spielt der Westen mit seiner Doppelmoral eine entscheidende Rolle. Glaubt man den Analysen vor Ort, spielen neben der in der Region klassischen Kleptokratie vor allem die ausbleibenden Erfolge bei eben jener Terrorbekämpfung eine Rolle. Der Westen setzt hier auf die gleiche Strategie wie in Afghanistan. Man schult regierungstreue Truppen, versorgt sie mit rudimentärer Bewaffnung. Ansonsten könnte man nach einem Putsch von den eigenen Waffen bedroht werden und erledigt den Rest mit Hightech-Lösungen wie Drohnen selbst. Doch das funktioniert ganz offensichtlich nicht. Zunächst kam es in Ligas Nachbarländern Burkina Faso und Mali zu Militärputschen. Die an die Macht gekommene Nochunda in Mali ließ die westlichen Militärs in ihren Stützpunkten und heuerte stattdessen das russische Söldnerunternehmen Wagner Group an. Ob die Wagner-Söldner das Terrorismusproblem effektiver bekämpfen, mag dahingestellt sein. Zumindest gehen die russischen Söldner brachialer vor und machen keinen Unterschied zwischen Kombatanten und Zivilbevölkerung. Bezahlt wird Wagner übrigens über Bergbaulizenzen. Im Mali bekam die Wagner-Gruppe eine Lizenz zum Goldabbau. Ob das der Bevölkerung etwas bringt, ist ebenfalls zweifelhaft. Für die regierende Junta ist die Wagner-Gruppe jedoch der Stabilitätsanker, der die westlichen und hier vor allem französischen Truppen für die Vorgängerregierungen waren. Dass der Westen den Verlust seiner Einflusssphäre und vor allem Frankreich den Verlust seiner ehemaligen Kolonien nicht so einfach hinnehmen würde, war klar. Anders als bei den vorhergegangenen Putschen in Burkina Faso und Mali lässt man nun die Muskeln spielen. Bereits am Sonntag sprachen der französische Präsident Macron und US-Außenminister Blinken mit dem nigerianischen Präsidenten Bolatinubu, der dann mit Rückendeckung durch Frankreich und den USA Niger im Namen der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS nicht nur harte Sanktionen, sondern sogar einen Krieg androhte, sollte die nigerische Demokratie nicht binnen einer Woche wiederhergestellt werden. Die Junta denkt jedoch offenbar nicht im Traum daran, den Drohungen Folge zu leisten. Und die ebenfalls von Militärrunden regierten westafrikanischen Staaten Burkina Faso, Mali und Guinea haben sich bereits solidarisch mit der nigerischen Junta gezeigt und sich dazu bereit erklärt, Niger im Falle eines militärischen Angriffs beiseite zu stehen. Ob es zu einem weiteren Krieg in der Sahelzone kommt, ist ungewiss. Westliche Staaten bereiten sich offenbar mit der Evakuierung ihrer Landsleute aus Niger bereits darauf vor. Experten halten es jedoch auch für möglich, dass der nigerianische Präsident Tinubu Pokat und im Falle eines militärischen Eingreifens in Niger wohl am ehesten ebenfalls von seiner eigenen Generalität weggeputscht würde. Russland fährt derweil zweigleisig. Offiziell verurteilt man den Putsch und fordert die Putschisten ebenfalls auf, die Regierungsgewalt wieder an die alte Regierung zurückzugeben. Das gilt jedoch nicht für die Wagner-Truppe, deren Chef Jeff Gaini Prigoshin den Putsch bereits via Telegram bejubelt hat. Und die USA? Auch die haben ihre Interessen in Niger. Dort befindet sich beispielsweise die Base 201, der größte amerikanische Stützpunkt auf dem amerikanischen Kontinent, der vor allem für die amerikanische Drohnenkriegsführung in West-, Zentral- und Ostafrika eine zentrale Rolle spielt. Der Region könnte also ein waschechter Stellvertreterkrieg drohen. Selbstverständlich würde es bei diesem Krieg nicht um Menschenrechte oder Demokratie gehen. Der Westen hat Interessen und ist wahrscheinlich bereit, diese Interessen auch militärisch zu verteidigen. Ob er dazu die Mittel hat, ist jedoch fraglich. Wahrscheinlicher ist es da schon, dass man sich mit der Junta anfreundet und sich seinen Einfluss mit Geldkoffern sichert. Demokratie hin, Menschenrechte her. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.